Keine Scheiße, ich hab äh... Keine Lust! Stirb! Waaah! Ähm... Ja, auch geil, da bin ich gerade in meine eigene Granate sozusagen reingerannt. Hm... Okay, das wird wieder schön. Ich seh es kommen. Diese Stelle wird nerven. Vor allem wenn man so schlecht schießt. Ich schieß jetzt einmal mit der schrotvolle Kanne hin. Funktioniert wenigstens, schön. Boah! Boah! Geht mir ab! Aaaaaah! Aaaaaah! Was war denn hier gerade? Ich bin Action-Feuerwerk. Tja, gut. Äh, ich glaub das geht aber gerade noch. Wie viele Gegner kommen denn hier noch? Bitte sehr! Was soll denn das? Meine Fresse! So, ich brauch Muni. Doch, ne. Muni? Ich hatte doch hier irgendwo... Hier waren auch noch zwei Schrotflinten. Hat hier nicht irgendjemand? Na doch da. So, ich glaub das sieht wieder gut aus für uns. Äh... Was wollte der? Noch so einer. So. Ich glaub, wir sind wieder gewappnet. Wenn auch nicht mit so unglaublich viel Rüstung. Äh, Rüstung, genau. Ähm, so unglaublich viel Muni. Hier ist nix, hier ist auch nix. Ah! Mensch, Leute! Was macht die denn da? Ich glaub die sind hier direkt hinter der Tür wieder? Ja. So, haben sie sich schön bekriegt. Die stehen wieder auf. Mensch! Blöde... Gegner! Hat der einfach mit ner... Boah! Penner! Die schnappen sich echt die Waffen immer von unseren Leuten. Geht ja mal gar nicht. Ist ja auch irgendwo ein Medikit. Könnte ich jetzt grad gebrauchen. Weil wir haben nicht mehr so krass viel Leben. Und... Das könnte vielleicht irgendwo brenzlig werden. Aber egal. So. Schön nachgelatscht. Kuiiii! Da kommen sie angeflogen. Stirp! Wo kommen die denn jetzt gerade her da? Hinter uns? Kommt mal an! Die ollen Fröbelviecher! So, dich nehm ich auch noch mit. Weil ich grad nix anderes zu tun hab. Kommt noch mehr. Mit dem kleinen hat man ja jetzt weniger Probleme. So. Äh... Gut. Könnte man eigentlich auch noch drüber trampeln, glaube ich. Oder rauf springen oder sowas. Irgendwie auch platzen. Aber egal. Also hier müsste ja... Generator sein? Ne. Wo ist denn der? Wo war denn der? Ui! Ui! Heiliges! Kanonenrohr! Scheißendreck Chidden Was geht denn hier gerade ab Ich höre mal nur Glas zerplänkern Mensch Ich habe Angst, wir da gleich in so eine Situation Wie gerade eben Fallen Hallo Ah da Der grunzt da die ganze Zeit so Der grunzt auch die ganze Zeit so Jetzt nicht mehr Keine Ahnung, ob die im Tod Auch noch grunzen Geht drauf Ja gut, so geht das voll Jetzt aber wenigstens wieder leben Boah, schön Und wir haben aber keine Muni mehr Mensch, wir hatten hier Gibt es hier nicht irgendeinen Idioten mit einer Schrot Mensch Äh, geil Äh, ah ja Der hat nur Schrot Oder? Äh, was machst denn du hier So, ich glaube ich müsste da mal gerade eben hoch Da war doch gerade eben einer, oder? Hätte ich gerade falsch gesehen Nee, ich höre auch kein Grunze mehr Insofern Muss die alles frei sein Und wo ging es hier hoch? Ich habe keine Ahnung Egal, gut Dann geht uns jetzt vielleicht ein bisschen Schrotmenü Ideal Obwohl bei mir Hört sich ja sowieso immer alles nach Schrot an Insofern Weil ich einfach will, dass ich was Schrot höre Also was Schrotiges höre Oh, neue Musik Oh, krass La 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 Ich schere mich einen Scheiß um euch Ich schere mich einen Scheiß um euch Wer auf mich ballert Der geht drauf Wer auf mich ballert Der geht drauf La 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 Tschüss Tschüss liebe Leute Ich Ich schere mich einen Scheiß um euch Weil hier komme ich sowieso nicht gegen die Leute an Reinspray Oh Gott, leckt das gerade Boah Ich dachte schon, das Spiel stürzt ab Weil es so geleckt hat Hui Gut Tut mir zu Ich verpiss mich Müssen wir ja nicht alles mitnehmen Was irgendwie geht Tschau Gut Hallo, ihr kleinen Kücher Nö Hallo Was war Gut, das war auch alles Mensch 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 Es geht Mensch Es geht Hier geht es ja richtig Heiß her So und ich glaube Das hier ist der nächste Generator Nein Es ist der nächste Kampf Keine Muni mehr Geil Aua Blöder Swinger Also Schwinger Also von Schlag Und so So Eigentlich kann man Die Schnellfeuerwaffe Kann ich ordentlich durch die Gegend ballern und nichts treffen Und dabei wirklich was zu verkacken So eine salve trifft immer genau Ich glaube fünf Gegner Also bei mir egal Aber Wir haben es trotzdem beinahe überstanden Ist noch zu einer Hey 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 Hui 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 Ich freu mich Wir haben wieder Schrotmonie Hui Schön Dann sehe ich noch einen Gegner auf dem Radar Hier so Oder auch nicht Jut egal Was soll's Die Gegner nicht Interessieren mich jetzt eher weniger Ich höre noch einen Insofern Der muss doch hier irgendwo sein Ah ja Da Zwei Super Lecker Habe ich da noch gerade irgendwas gehört Ne So wir gehen mal nach unten Und ich hoffe wir finden gleich mal einen scheiß Generator hier Das kann ja nicht wahr sein So vollkommen ohne Generator Style Oh nach unten Auch nicht schlecht Ich springe hier nicht hoch Weil ich Angst habe Dass ich gleich Erschossen Werde Ja geil So Was kommt denn da noch her Gar nichts Ich gehe mal hier schnell raus So die klettern da ein bisschen rum Egal Öh Wieder in niedrigeren Gefilden Freut mich ja nicht so Oh Deswegen Stirb Äh Auf damit Haben die überhaupt Waffen dabei Wundert mich dass ich Flat weiß Wie man Waffen bedient Scheint mir eher ziemlich dumm zu sein War nichts Was Trampert hier denn wie so ein Aufgescheuchtes Rindvieh Äh Zehn Schuss haben wir noch Das ist nicht sehr viel Okay Gut hier geht auch nicht mehr sonderlich viel Äh Ich glaube wir müssen hier rein Oder? Ne Können wir irgendwo ran Hier sind ganz viele Gegner Ich höre es doch genau Hier ist ein Gegner Hallo So der hat sich gar nicht gewehrt Der wusste schon was ihm Bevorsteht Insofern Hat er sich gedacht Was soll jetzt die Mühe Die mache ich mir jetzt nicht mehr Äh Ah Habe ich mich gerade richtig erschreckt Mistvieh Boah lecker Wie hier einfach über alles knirscht Und quatscht Und Sich matschig anhört Super Sache Freut mich immer wieder So Hier müssen wir lang Über den Pfeilen nicht nach Ich weiß nicht wieso eigentlich Aber naja Ah Oh hallo La 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 Einfach nur aufballern Den Benji nehmen wir mit Äh Benji? Ne Wie sonst was Keine Ahnung Äh Da ist noch Benji oder? Das ist einer von uns Können wir hier nicht Wir können nicht Irgendwas anderes ballern So Danke sehr Ich fick mir einfach durch Nicht wahr? Ja Gut so Au Ja schießen wir ruhig Deine eigenen Leute ab Auch geil Frag mich gerade Was wir hier machen Vor allem Was ist deinem Kameraden hinterher Äh ich höre die ganze Zeit Irgendwelches Zeug rumballern Ach ich glaube wir sind wieder draußen Ja wir sind wieder Ach ja wir sind da wo wir gestartet haben Sozusagen Und ich sehe auch gerade den Pfeil 326 Meter noch Na das schaffen wir doch noch In dieser Aufnahme vielleicht Theoretisch Und ich hoffe ich übersteuere nicht die ganze Zeit Mensch So la 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 Aber ich hab wieder leider ein Mikrofon rumspielen müssen Weil da irgendwie die Soundeinstellungen wieder verloren gegangen sind Und ja Bla So, jetzt bist du gleich ganz unten Ist ja auch nicht so schlecht Äh Gibt's hier nicht irgendwas? Okay, wir müssen nach oben hin Da kommen wir jetzt sowieso gerade überhaupt nicht ran Ich glaube, wir müssen hier hinten durch Vermute ich jetzt einmal mal Aber könnte natürlich auch vollkommen falsch sein Hier kann ich natürlich nicht rüber Ah, hier könnten wir hoch Ja Da ging's glaube ich jetzt hier einmal um die Ecke sozusagen Ja Da hinten, okay, wie kommen wir da hin Hier müssen wir irgendwie wieder Banshee rumfliegen So Hier konnte ich gerade leider Nicht aus seinem Sitz schießen So Ah ja, schade Au Was schießt du da? Wie so ein besenktes Ars Ja Ja, 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 ja Was geht denn hier ab? Jo, gut Ich fliege da mal weg Was schön euch gekannt zu haben Da unten Wir sehen uns Tschüss Puh Ja, tschuldige Tschuldige, wenn ich nicht alles wegzimmer Aber wir sind ja auch im Kniech Da muss man ja nicht alles wegzimmern Ha Ja, 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 ja Hui, ui, ui, ui Aua, aua, aua Aua, aua, aua Ach ja, da unten sind wir dagegen Das Ähm Ich lande mal ganz fromm gleich So Aua Die sind irgendwie gepanzert Gerade Kann mir zumindest zuvor leicht So Hier durch Schnell Tschüss Die kommen ja zum Glück nicht hinterher Weil sie zu blöd sind Eine Tür zu öffnen Insofern Egal Ich habe keine Muni mehr Haha Hallo Oh, drei Fraktionen Die sich gegenseitig bekämpfen Super Sache Das Da will ich mal nicht rummeckern Irgendwie Ja, macht den mal schön dahinten Ich nehme dann die Muni Muni mit. Die Mumi. Die Mumi mit. La 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 la. Ja, dann macht mal. Seid ihr alle down? Ich höre zumindest nichts mehr groß. Oh. Ich glaube, der hat mich gesehen. Der auch. Der auch. Oh. Ich habe keine Muni mehr. Ich habe keine Muni mehr. Ich habe keine Muni mehr. Ui. Ähm. Lasst mich raus, ihr. Ah. Gut, das hat jetzt eher weniger gebracht. Egal. So. Hallo. Oder auch nicht. Tschüss. Okay, ich verstecke mich, wie gesagt, hier hinter. Ich werfe jetzt auch keine Granate erstmal. So, wenn sie mich sehen, dann werfe ich eine Granate. Ganz klar. Y egal. So. So.